hallo und herzlich willkommen meine lieben freunde zu einer neuen weiteren folge rocket league wir haben mit special map und special items hier keiner guckt ich habe keine ahnung was er eigentlich von uns will er meint dass das dass das hier bei uns keiner guckt das gucken zwei drei leute vielleicht stimmt weil du dabei ist das war deine schuld strafe schuld strafe schuld aber der wäre auch nicht reingegangen da ist diese doofe kante noch vorm tor oder links sicher ja voll assi dachte du wärst der hinter mir gewesen aber das war kater ja er wollte bleibt doch hinten stehst also den drang nach vorne zu fahren du voll dulli alter nulpe musst du sagen nicht voll dulli was voll nulpe? voll nulpe genau nicht voll dulli ja jedes mal wenn las jawoll sagt sei ich habe jetzt nur noch wohl das ist das dümmste was du machen kannst du ball auf dem boden einfrieren ja 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 was war das denn warum ist er nicht ins tor gegangen gegen die kante geflogen ist in der mitte? toll toll ist nicht durchgängig kater ja ja das weiß ich aber das war trotzdem komisch ich habe den ja voll dahin geballert sozusagen ja ist aber an der mittlere kante geflogen die in der mitte ja ich habe es verstanden nein sehr gut jannik sehr schön jannik meine vorlage wo auch immer du warst hast nein gefroren? ja achso deswegen wir gehen alle aus dem spiel raus und schnauze voll und voll ja außer dieser komische Disco-Typ Disco ne der ist jetzt auch raus echt jetzt? ja 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 Disco-Hips ist auch raus spielen wir jetzt nur gegen Bots? ja nein doch smisk smisk ist kein Bot achso ah du außerdem jetzt spielen wir gegen gar keinen Bot mehr ja ich habe es gemerkt weil es extrem geleckt hat ich habe den doch voll weggekickt ich habe schon fünf Schüsse aufs Tor und habe nur ein Tor geschossen ja kein weggekickt jannik aber auch ja bei mir hat es so brrng gemacht wie wenn du mit äh Faustgottes den Ball berührst ich dachte ich hätte ihn weggekickt weil ich dieses Geräusch gehört habe aber da war nichts das war ein Faustgottes war ich achso na toll ey nein scheiße ich trottel oh lass den ja wollte ich doch ich habe doch gesehen dass du es hast jawohl der Magnet hat uns gerettet ey das stimmt oh nein er kickt mich ins eigene Tor was ein kleiner Wichser Lars du bist so ein ja was denn alles schön oh oh mein Gott ich habe mich extrem sprungen so gedreht dass der da geht oh ja gleicher Item habe ich jetzt auch ich werde es schlau einsetzen nein nein das reicht zu weit weg oh shit was war das denn der hat den der hat den äh der hat den aus Gottes ja alter ich werde nur noch umgewirbelt ich auch Aua jawohl jawohl sehr schön Janik noch ein Tor am rückwärtsgängen mein zweites in dem Spiel sehr gut gemacht sehr gut sehr gut danke Janik echt jetzt was war denn jetzt wieder ich bin am Start zum Boost gefahren Lars auch und ich habe ihn auf die Seite gedreht dann oh nein er geht rein Popcorn Junge hatte ich gestern auch übrigens 4 zu 3 wir sollten jetzt mal ein bisschen anstrengen wir oder du damit meinen wir Kater ja in dieser Runde auf jeden Fall scheiße ja scheiße ja alter warum ist mein Pumpel weg nein weil ich eine neue Runde angefangen habe mein Tor war du Flöte oh ja stimmt oh stimmt du Flöte Pumpel nein das ist nicht reingegangen alter ich werde nur noch gerammt ey ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß das gibt es doch nicht oh 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 nein ja scheiße sieben Sekunden der alte mann ich hätte nur so einen Kackschuh ja mit dem Schuh hat sie noch wegtreten ja den Schuh habe ich vorher schon benutzt ach so oh toll jetzt verlieren wir noch oh eine Sekunde steht da jetzt verlieren wir noch der war halt Richtung gestorben er stand sogar schon auf Null ja der ist drinne nein ich habe gerade mal drei alter und eine vorlage über tausend punkte alter ich bin letzter das gibt es nicht ja lusche halt die Schnauze du warst über sieben Spiele lang letzter ey level 31 level 31 900 punkte mehr als Karte pfff was match hat begonnen match hat nicht begonnen was nicht begonnen nicht begonnen bei mir statt ja ja siehst du ein match im Hintergrund oder das Hauptmenü das Hauptmenü ja ja kannst du dir deine die Sache schon selber beantworten oder ja aber wie dumm ist das ja Verbindungsfehler ja aber trotzdem ist das dumm jenger bullet small chris der kleine chris und beners beners achso der hat bei mir noch nicht geladen gehabt jetzt muss ich mich daran gewöhnt dass das das tor ja gar nicht seitlich steht ja nein ich hätte das war meiner den ich dir dazu geschoben habe versuche ja las bringt ihn nach vorne nein small chris alter das ist bestimmt auf die größe seines penis gerechnet ich habe gerade zwei leute hintereinander wettgebracht ja nein mann toll wie geil so du kommst du dich rein bohn ich gehe rein hier kannst du halt punkte sammeln wie sonst was ne ja das ist so oder elf torschüsse machen das geht alles mit sich nein ich bin runter her gefahren pass auf deine da ist einer mit krallen nicht buß geben ja der fährt der fährt der fährt der fährt ja ich komm nicht ich auch nicht alter was hat der für namen ja po b keine ahnung detail t pro gratel sollte irgendwas mit popo sollte eigentlich debitel heißen debitel also mobilcom debitel meinste ja nur debitel ja das geht ja gar nicht die heißen ja jetzt neuerdings mobilcom debitel neuerdings die heißen schon seit jahren mobilcom debitel nein die hießen früher mal debitel die heißen schon seitdem ich im steuerbüro arbeite mobilcom debitel und das ist seit über fünf jahren jetzt ja sie hat nur aua alter ich habe früher bei dem vertrag gehabt das ist schon lange her da hießen die nur debitel da stand nur debitel drauf ja mobilcom steht auch meistens nirgends drauf ich war zu spät wenn man mit dem namen mobilcom nix verbindet ja es egal krank ja wollte ihn so seitlich treffen dass er aufs tor geht aber hm er wäre übrigens reingegangen eventuell der ein er war fest geklampt ja ich habe ihn weggefickt los der kommt mit dich nein kommt er nicht kommt er wohl wow warte scheiße forstgottes ist leer nein 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 ups ja komm ja 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 geil und ich habe meinen boxein schon trotzdem noch aber jetzt noch weg guck dir es mal an ey ja ja ий geiler scheiß ja weil der dagegen geflogen ist noch ey geiler scheiß ja 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 Der rammt mich die ganze Zeit einfach nur. Hä? Wurde ich anputiert. Ja. Jajajaja. Ich hatte die Krallen, aber ich habe sie nicht aktivieren wollen. Ich bin einfach nur so gegen den Ball geknallt und dann hatte ich die trotzdem an, warum auch immer. Das hat mich irritiert. Zieh doch! Nein! Ich habe das aktiviert. Ah. Ja. Ja, ne. Sah am Anfang gut aus. Aber der Typ wäre eh da gewesen. Warte! Nein! Alter! Warum aktiviert sich als mein... Ist das so ein Scheiß? F**k! Oh! Jawoll! Ja! Jawoll! Jawoll! Ja! Jawoll! Ja! Jawoll! Ich hab schon wieder Boxhandschuhe und konnte ihn nicht... Geht nicht. Der ist dann weg, wenn ein Tor geschossen wurde. Ich weiß. Nein, der soll den Buchshandschuh gar nicht benutzen. Dann machen wir ein paar Tore. Achso. Einfach nur behalten. Toll. Ich krieg kein neues Item, weil dann schon die Zeit vorbei ist. Ja, bei mir auch. Ne, stimmt nicht. Warte, warte, warte. Ich hab's gerade so geschafft. Ah, schade. Ich hab 10 Punkte vom ersten Fall Kontakt geholt und bin deswegen MVP. Fick dich. Weiß was, was cool gewesen wäre, hätte ich die Spikes noch gehabt. So, einen können wir noch, Leute. Einen können wir auch. Ja, und da muss ich kochen. Frau Hansen. Schon Mittagessen kochen oder was? Mhm. Hast du kein Frühstück? Nö. Ich hab zwei Optionen. Entweder Frühstücken oder mit euch zocken. Ja. Ach, und dann hast du nicht... Ist das unser Tor oder das Gegner? Das ist unser Tor. Ja. War mir grad nicht sicher. Du bist blau. Ja. Das Auto ist blau. Das Tor ist blau. Ja. Wie kannst du da nicht sicher sein? Alter, ich hab Spikes, ihr Muschies. Ja, sag doch einfach was. Ja, es fiel mir nicht ein. Ich wusste nicht mehr, wie die Dinger heißen. Deswegen hatte ich ein Problem. Ooooooh. Ohohohohoho. Nein! Scheiße. Das war Lars, der das Ding hier reingeballert hat. Das Ding wäre auch so reingegangen. Nein, guck, guck. Guck dir an, es wäre so reingegangen. Ja, da war keiner mehr. Das stimmt. Hättest du das, hättest du das früher aktiviert, dann wäre es gar nicht zu diesem Punkt gekommen. Ja, genau. Ich hab einfach deine Spikes getroffen, wäre das auch nicht passiert. Nein! Hast du ja nicht abgerettet. Ja, ja. Boah. Alter, ich hab schon wieder den übelsten Boost des Todes, ey. Ich hab's doch versucht. Oh. Jawoll. Nein! Ich krieg auch keinen Boost mehr. ich überhaupt kein boost mehr bestehen vom richtigen tor ja nein kicken jawohl so nicht mal ich habe nicht einmal ein boxsack schuh gehabt das gibt es nicht warum kriege ich anordnt die beschissensten items das ist echt ja ich kann eine besser und wenn ich mal ein gutes kriegen kann ich sie sich benutzen ups las bei dem ball wieder nur noch hinterher ich habe spiked noch mann letzte runde wird eine loser hast du sowas das letzte spiel noch mal verlieren das ist du ich mache überhaupt nichts ich höre es ja aus dem kopfhörer dass hier irgendwas am klappern ist und weißt du was das ganze ist ich habe scheinen bock sein schuh gewesen aber du hast ihn ein zerstört das war ganz gut man nicht mit wenn es halt nicht mit ihr es geht dann halt ohne 40 punkte halt sehe ich gerade ich sehe es meiner wie alle da drunter stehen und dann kommt er war nice nein alter ja meine vorlage wir können das halt auch ohne alt ja das war schon heftige zeit da haben wir uns immer gefragt warum schaffen dass die anderen so die zure zu machen in einem rumble match naja kapten pöppel pöppel leider los nein er wurde hochgeschleudert ja aber er hängt er kann nicht so schnell fahren und ich habe den gegner weggekickt der da das tor schießen wollte da kommt noch einer mit spikes der er kann aber nicht fahren trotzdem habe ich mal lieber sorry in den mittel ich bin dran vorbeigefahren scheiße er kommt glaube ich er kommt glaube ich nein nein jawohl weiter nein 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 wie schaffen die das alter den ball so geil bei sich zu behalten ich verstehe das nicht das ist doch voll einfach ja aber das wenn du langsam bist ist das sowas von simpel und der wache bleibt wer klappert hier die ganze zeit das bin ich dann wahrscheinlich mit meiner maus ja oh du mongo weißt du anderen fragen fragt er wer ist das wer ist das ich bin das nicht ja dann muss es das doch mit meiner maus sein doch mit meiner maus sein hey komm ich hab einen pöppel pöppel power nein Lars was denn kann ich doch nichts für hast du denn da hinten einen geist nein sicher ja ich hatte nämlich ein boost ding da na gut ja doch loser rund am ende ja doch scheiße scheiße naja ja ja sonst sage ich immer ich wünsche euch viel spaß und bla 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 aber ich hoffe ihr habt es echt nicht genossen heute bis dahin ciao ciao Good job.